Sie haben sich ganz auf die prorussische Seite geschlagen. Sie, Herr Köppel, mit Ihrer Weltwoche sind die fünfte Kolonne Putins in der Schweiz. Ich sage das ganz ehrlich, Sie sind der Feind im Inneren und dementsprechend werden Sie auch behandelt werden. Nein, Frau Ameti, ich bin Journalist, ich rede mit allen und ich schaue die auch freundlich an. Ich rede zum Beispiel auch mit Ihnen, obwohl ich Ihre Meinung überhaupt nicht teile. Das heisst aber nicht, dass ich mir Ihre Meinung zu eigen mache, nur dass Sie sich das nicht hier einbilden. Sie haben nicht nur mit allen geredet. Jetzt können wir es auch abhandeln. Sie haben nicht nur mit allen geredet.